Hallo und willkommen zu Wolfenstein 2. Wir sind hier in der Sektion F und suchen das verkackte Funkgerät, das es hier die ganze Zeit hineinspucht, das halt uns von Engel auf den Fersen lässt. Jetzt haben wir schon ganz schön viele Meertürer eliminiert, wenn ich es so sagen darf. Wenn man es aussieht, gibt es hier noch mehr davon. Wir haben hier gepennt. Sie hat eine sehr schöne Schlafkohle mit dem Zuge, unheimlich hübsch, unheimlich vielseitig und echt widerlich. Aber was soll man tun? Absolut, man will hier halt. Aha, kacke. Okay, das ist kleiner Schlaf. In diesem Freund. Ah, was ist hier, was hier rein, hier hoch. So. Hallo. Jetzt. Voll verdrückt. Verdammt. So. Verdammt. So. Uuuuut. Aua ja. Okay. Das wird weniger cool. So. So sagen darf. Blazkowicz. Steht auf. Und läuft weiter. Unermüdlich. So Blazkowicz. Okay. Okay. Das könnte ich eigentlich haben. So ein Schwimmer muss man auch. Aber wie kann ich hoch? So. Okay. Cool. So. Das macht mich schon, ich geht nicht. Ist... 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 Einfach in gründen. Die Soldaten befinden sich da drin, seit du das U-Boot vor fünf Monaten erobert hast. Sie sind bestimmt hungrig und verzweifelt. Pass auf dich auf, Liebling. Versteckung einfach, wo sie war. Was macht die Mies? Was macht die Mies? Was macht die Mies? Ich habe mir die Atomsprengköpfe in Sektion F mal genauer angesehen. Laut der Maschinenraumkarte lagern da unten Dutzende... Hoffentlich haben die Soldaten damit nichts angestellt. es gibt es gibt es ist es ist es ist die das war es es ging flott schneller ist es gedacht es gibt es Das ist halt ein Fisch. Das ist so. Blazkowicz ist ein Fisch. Sorry, das ist ein Ausdruck, aber fällt kann halt rein. Das ist wie wir hier durch Rushen. Unvorstellbar. Aber geil. Zur Aufladung. Zwei Monsterwaffe hier. Wir gehen auch wieder zu der zurück. So, ich will mich über diese Karten wiederholen, natürlich. So haben wir beide, ja. Das war geil, dass ich einfach so ein... Ich habe alle Limite erreicht, das gibt's ja gar nicht. Das sind ja so... Das sind sogar die Kommandanten, glaube. Okay. Das ist das... Puh. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Caroline... Ich glaube, ich schaff's nicht. Noch ein paar Wochen vielleicht. Mit ihrer Hilfe. Okay, Blazkowicz dürfte ein wenig am Ende sein. Es muss nie vorkommen sein. Da muss man hin, da muss man runter, da muss man rauf, da muss man... Ich, das müsste... Ich, das müsste... So, schauen wir mal. Die Karte, wir haben sie mir nicht mehr kurz verfügbar. Ich finde den Ursprung ertragen. Da ist ein Alarm, da hinten ist was zu lesen. Da ist ein Alarm, da ist ein Alarm. So, da geht hin, hinten und links. Hier. Und hier durch. So. Nein! Idiot. Wir können die Tür aufmachen. Dann, ich bin nicht denn, so hier. Dann... Medikates. Medikates. Sehr geil. Aber... Dann gibt's hier ne Karte. So hier. Und dann, lesen wir es mal. Frankas Postkarte. Mein Glitter. Das solltest du sehen. Die amerikanischen Kolonien sind dein Paradies. Ich wohne in einem Hotel in Honomuni. Es ist wunderschön. Die Einheimischen sind freundlich zu mir. Der Ruhm Germaniens war für diesen Ort ein wahrer See. Und dennoch, wenn ich mit den Mädchen zum Hafen gehe, um Eis zu kaufen und sehe, wie alle U-Booten schief in den Hafen einlaufen, denke ich an dich. Mein Schatz. Ich erinnere mich, wie stolz du warst, als du auf der Hammer-Faust stationiert wurdest. Ich hoffe, dass du da draußen sicher bist. Und dass du mich bald wieder in deine Arme schließen kannst. Die Mädchen möchten wissen, ob du schon eine Mehranfrau gesehen hast. Du fehlst nur in Liebe, Franka. Ja, meine liebe Franka. Ich glaube nicht, dass er hier... ...event... ...heraus kommt. Es tut mir sehr leid. Oh. Ich stehe jetzt nicht mehr vor und durch mich. Muss ich da runter, oder muss ich da runter? Vielleicht unten wieder hoch. Keine andere Frage. Ich weiß das nicht. Da geht's hoch. So. Schauen wir da mal runter. Ich bin kurz hier runter. Hier, um das zu sehen oder zu sehen. Dass du mit dem noch hinführen könnte. Wie geht's? Ist da hinten? Was ist das hier? Ah. Kann ich hier hin? Okay. Das war jetzt nur mal herumgehen. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Wenn wir mal herumgehen, so. Kommandant Fisch. Fisch. Notiz. Lautstärke. Drösse. Männer. Wenn wir uns hier unten unterhalten, geschieht das leise. Wir können nicht riskieren, dass irgendwelche Geräusche in andere Bereiche des U-Bots vordringen und unsere Anwesenheit hier verraten. Überlegen Sie mal, was passieren würde, wenn er hier reinkommt. Ich muss Sie nicht daran erinnern, was beim letzten Mal geschehen ist. Es war ein Massaker. Ich versuche dem Generalstabend die Nachricht aber Nachricht über unseren Aufenthaltsort zukommen zu lassen, damit er uns retten kann. Bis dahin müssen wir uns ruhig verhalten, um nichts zu riskieren. Kommunizieren Sie mit geschriebenen Notizen. Sprechen Sie nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Geben Sie diese Nachricht weiter. Kommandant Fisch. Okay, der war das. Der hat hier das Kommunizieren übergehabt. Also... Nette Herr. Aber damit zwar nichts genutzt. Es tut mir leidfühlt, aber ja. So. Jetzt haben wir hier noch... Ah, hier noch mal gepennt. Und nicht schlecht auch. Nicht schlecht, so. Wie geht's hier wieder hoch? Ja, wie geht's hoch? Weil unser Weg geht dann... Okay, jetzt weiter. Da geht's hoch. 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 Äh, Fasche grad. Da muss noch mal gepackt sein. Und zack. So. Ich bin wieder da herun. Toll. Achtung, wenn wir wieder mal... Nichts, ne? Ja, 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 ja. So. Wie ist abgeschlossen? Ah, ja, 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 tu mal leid. Ah, ja, 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 tu mal leid. Ah. Das nervt mich auch schon, oder? Irgendwie... Weil ich jetzt natürlich nicht los muss. Wo müssen wir hier? Oh, wir haben einen kurzer Punkt auf der Karte definitiv. Oh, da hoch? Da waren wir doch schon. Natürlich waren wir hier da, weil ich gerade um die Leute lege. Da gibt's noch die Pricks. Kann ich gesehen vorher. So. Da haben wir alle... Wir hatten leid, die neue Leute. Nichts. Da sind wir noch reingekommen. Und hier geht's nicht weiter. Und hier geht's nicht weiter. Ah, hier war die Leiter. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ich wünschte irgendwo an die Leiter. Ja, du, ich wünschte nicht nur. So. Ach, du Kacke. Die T-T oben muss nicht rein oder wie. Ähm. Hier weitersetzt. Passant. Hier draußen. Und hier. So, jetzt haben wir's geschafft! Da geht's nicht hoch, okay. Hier geht's auch nicht weiter. So müssen wir mal wieder rüber gehen. Da geht's nicht weiter. Oh Gott! Halt durch, mein Freund! Ich lad dich bei Kaiser in Berlin mit einem Kotlin ein, wenn wir uns der Suchtruppe rausholen. Oh, danke, Julius. Du weißt, was mich aufmuttert. Dann schlafen wir uns. Wir haben nur lang durchgehalten. Wir schlafen was. Wir sind U-Boot-Fahrer. Uns kann man nicht treffen. Du hast recht. Eindringling in Wartung, Stark! Brauche Verstärkung! So. Und da wahrscheinlich wieder raus. Die kommen zu uns, aber da schlägt den Himmel allein, dieser Hammer, aber... Geht jetzt einfach raus. So, wir machen ein bisschen da raus. Jetzt wird das nix. Wenn man frei findet, wäre jetzt der Kaiser. In China. Hier ist er ja. So, wo ist er? So, wo ist er? so hoch so dumm der Fremdchen grünen hoch es war jetzt nicht schwer dass mich viel zu sehen Ich bin nicht verwe- Ach Gott Ist der Mensch still nicht? Ich habe ja nichts Ich habe ihn gefunden Uh toll Ich bin nur seit weggegangen gerade Ist denn hier hochkommen? Die sind nicht mehr So da gibt es Gesundheit es war nicht sooo schlecht wo ist der Ziel? ich will irgendwie hochkommen da gibt es Klobapier so eine Kiste drauf stellen das nutzt mir irgendwie nix jetzt zeigen so komm ich da hoch Stand Zeugnausgang da gibt es noch Zeugnausgang so da werden hier die Luft zu da geht es zurück es bringt mir nix da sehe ich mir nix da geht es zurück da geht es raus da ist ja die Gelegenheit es muss da raus so da gibt es keine Ahnung hier Terra ich will den weg ich würde sagen wer will nicht herrüber fitst bestimmt ist ne Holzkiste nicht kaputt machen stehe ich so nicht ganz aber gut so weiter kann ich vorher wieder hin, die sind alle zuhause oder voll gleich eliminiert ganz los so hier hier ist er nicht der Funkraum muss er einen Weg hinein finden ja ich muss den Weg hinein so hier ist er nicht gut mal hier sagt hier 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 also hier hier noch Danke, William. Der Ausmeister wird unsere Spur verlieren. Umkleiderraum. Bombarde lässt sich dann raus. Okay. Uh. Ich hab's mich leicht gerissen, dass die da hinten auftauchen. Ich dachte, ich hab schon alle. Ich bin ja doch nicht. Ah, tschüss. Wo kommst denn du wieder da her? Oh, hier. 40 sind es noch, oder wie? Ja. So, wir war'schen durch. Der Rest war mal weg. Das war gut. Wir gehen von deiner nach. Ja, voll. Geil. Lebensmilch. Ja, muss man ja nicht kaufen. Oh, überlebenskills. 25. Da gibt's noch Räume. Da gibt's noch Räume. Halt, das Schweden, das haben wir alles. Die haben alles. Das ist ja abnormal. Nein. Ich hab voll arg. Ich hab' voll arg. Ich hab' mit dir nicht verurscht. So. Ich glaub' wir haben ja alles erledigt, was man erledigen kann. Wow, wow, wow. Hier geht es rund. Hier geht es echt rund. Auf dem U-Boot erbrennt sich jetzt ein bisschen. Aber ja, okay. Ähm. Das ist eventuell so genutscht, das ist für ein bisschen transparent. Ich glaub' zwar nicht, aber. Haben wir das Limit schon erreicht? Ja. Aber das Limit, der eben auch nicht erreicht ist. Wohl ich Truppe ausgestattet in die Hintergrund. Die Kommandanten einfach ungenatzt. Hier liegt er. Hier liegt er. Dann Müller. Der Schere. Und Lenk. Ich muss von hingehen. Dann geht's raus. So. Da war Müller. So sah ein Müller aus. Wir müssen uns einfach mal zurück. So. Ich glaub' wir geht's. Ja, weißt du. Hier geht's hoch. Das passt schon mit Leben. Geh'n hier hoch. So. Jetzt gleich. So. 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 Gut gemacht, Bleskovitsch. Komm. Alle sind versammelt. einfach so ein leben alles wissen alle gefühle alle erlebnisse alles weg mit einem mal wie wasser wie nie gewesen liebling nimm dir so viel zeit wie nötig aber geh irgendwann bitte zu set in die werkstatt und lass dich untersuchen ich mach mir sorgen und ich und ich es besser was bevor ich umkippe nicht nicht vorab jetzt so dass wir uns jetzt folgen ich sage vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten Mal wieder wenn es heißt let's play vor Stunde zwei. Ciao.